Nun haben wir ganz viele Grundlagen gelernt und können uns mit dem Thema Keyword-Relevanz auseinandersetzen. Dies ist eine ganz wichtige Grundlage, um das Verständnis für die Keyword-basierte Werbung mitzubringen. Hierbei gibt es von Amazon selbst ganz klar zwei Kommunikationsebenen. Was ist unter Keyword-Relevanz zu verstehen und wie funktioniert sie? Für eine gute Kundenerfahrung sind wir bemüht, die für die jeweiligen Such- und Browse-Aktivitäten eines kundenrelevantesten Anzeigen einzublenden. Heißt also, so wie ihr ausgespielt werdet als Produkt zu den jeweiligen Kundenerfahrungen und Kundenaktivitäten. Die von Ihnen gewählten Keywords müssen für die in Ihrer Kampagne beworbenen Produkte relevant sein. Nur mit relevanten Anzeigen werden Impressions generiert, wenn Käufer nach diesem Keyword suchen. Also, wenn wir in der Bettdecke sind und auf das Keyword Handtuch werben wollen, dann wird das eben schwer. Ja, es sei denn, dass Browse- und Kundenverhalten an sich und die Kundenerfahrung zeigen, dass Leute, die Bettlaken kaufen oder Bettzeug auch Handtücher kaufen. Dann entstehen da oft mit der Zeit historische Zusammenhänge. Das muss man da ganz klar berücksichtigen. Socken, Boxershorts. Da kann es dann zu einem Matching kommen. Aber grundsätzlich. Wie kann ich sicherstellen, dass meine Keywords für mein Produkt relevant sind? Ohne jetzt die historischen Entwicklungen, dass viele Kunden A kaufen und dann B kaufen und da ein gewisses Matching zustande kommt. Vergewissern Sie sich, dass die verwendeten Keywords in den Detailseiten Ihres beworbenen Produkts enthalten sind. So weit, so einfach. So werden mit einer Anzeige beispielsweise keine Impressions für das Keyword Strandhandtuch generiert, wenn in der Kampagne nur Badehandtücher enthalten sind, die dann auch namentlich so benannt sind. Es gibt eine Ausnahme, das sind zum Beispiel kategoriespezifische Keyword Sets. Das haben wir ja im Amazon Grundlagenkurs mit teilweise auch erklärt. Heißt, zu gewissen Worten wirst du nur dann relevant, wenn du in der richtigen Kategorie bist, die dazu einfach passt. Listest du jetzt dein Strandhandtuch in Baumarkt und Schrauben, dann kann es sein, du wirst tatsächlich zu Schrauben relevant, aber verlierst dann deine Relevanz zu Strandhandtuch. Das müsst ihr einfach verstehen. Oftmals ist es wirklich sehr einfach in der Werbeoptimierung ranzugehen für bestimmte Worte oder Bereiche, indem man diese Wortphrasen oder Wortbestandteile hinterlegt und dann erst die Werbung schaltet. Das ist auch der Grund, warum Amazon SEO die Basis von guten Amazon SEA ist und ausmacht. Ausnahme, Produktausrichtung und in Teilen Kategorieausrichtung. Aber hier geht es ja um die Keyword Relevanz.